moin meine liebe youtuber ich bin es wieder aber weg und ja wir kommen wieder zu einen neuen so genannten lp oder einfach ein video letzte zeit haben wirklich kein video mehr und es tut mir auch leid aber es wird sich auch nicht nichts dran ändern dass es auch nicht so nichts mehr kommt auf jeden fall kommen keine videos mehr ich bin jetzt mit youtube fertig das liegt einfach daran dass ich einfach jetzt wirklich keine zeit fürs aufnehmen gefunden habe ich zog jetzt auch fast gar nicht mehr ich hab das zocken für für die schule aufgegeben weil die schule jetzt mir wirklich wichtiger ist ich zocke nur noch nur aus besonderen anlässen oder nur mit freunden aber das ist wirklich sehr 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 selten geworden und ja so ich habe jetzt einfach den pc eingeschaltet schaltet ein paar runden gespielt und diese runde aufgenommen denn ich wollte mein letztes video ausbringen ja mein letztes video es tut mir leid ich wollte mich noch an euch bedanken für die likes klicks und auf jeden fall für die abonnenten ich wusste gar nicht dass ich so weit jetzt komme ich als wirklich nicht nicht kommentator ich bin wirklich froh darüber aber jetzt mache ich auch nicht mehr weiter es tut mir wirklich leid viele sagen oder mehr gesagt ja viele sagen ja okay das ist nur eine Phase wo ich ich eh wieder weitermache oder dass ich wieder einen neuen Kanal aufstelle nein ich habe jetzt wirklich mit den LPs ein bisschen Satz ich würde ich will erstmal damit aufhören und bei Arabic also Arabic Production wird auf jeden Fall kein Video mehr kommen und die Videos die alten Videos werden auf privat gestellt oder gelöscht ich glaube mehr auf privat gestellt denn ich will noch vielleicht noch ein best of zusammen schneiden und dann alles weg weg löschen oder auf privat stellen es tut mir auch leid dass ich nicht mehr weitermache denn ich will einfach jetzt nicht mehr weitermachen denn ich brauche jetzt wirklich meine zeit für die schule denn die schule ist jetzt auch wichtiger worden und als ich mich von den computer etwas entfernt habe ist mir aufgefallen dass meine schulnoten viel besser geworden sind und dass ich nicht mehr von computer schwärme denn ich habe das computerspielen zwölfte auch aufgegeben ich gucke nur noch YouTube Videos und ja ja ich weiß gar nicht mehr was ich dazu sagen soll denn ich habe wirklich nichts mehr zu meinen alten Videos mehr zu sagen ja auf jeden Fall freut mich dass ich euch unterhalten konnte euch vielleicht zum lachen bringen konnte wegen meine begrenzten skills und wegen meinen schlechten kommentar dingster boomster ja ja ich bin wirklich als kommentator nicht so geeignet und ich rede so jetzt seit vier minuten und ja ähm das video das oso habe ich nur eine folge rausgebracht und die andere folge kommt nicht mehr nein kommt nicht mehr einfach kommt wirklich nicht mehr ich habe keinen bock mehr drauf und die aufnahmen die ich immer aufgenommen habe mit freunden mit gästen die habe ich nie hochgestellt nie geschnitten ich weiß nicht wieso ich habe jetzt einfach jetzt wirklich da mein arsch bewegt zum computer pc angeschaltet und endlich das letzte video raus zu bringen damit ich wirklich das hinter mir habe und euch nicht mehr zu quälen quälen denn ihr wisst ja nicht was bei mir gerade los ist und ja ähm auf jeden fall das tut mir auch leid dass ich nicht mehr weitermache wie dann auch wieder gelöscht ja oder auf priate gestellt vielleicht das mit den happy birthday pink player das wäre werde ich vielleicht noch um lassen und ja auf jeden fall bis zum nächsten mal haut rein viel spaß euch noch bei es vor und bis nicht zum nächsten mal und freut mich dass ihr noch eingeschaltet habt bis nicht wie gesagt bis zum nicht nächsten mal ich sag immer bis zum nächsten mal aber das ist ja das letzte video oder das vorletzte und tschüss bis zum nächsten mal Amen.